Wenn der Mann die Wohnung sechs Monate verlassen hat und er begeht Sinnerunzucht, ist die Ehe beendet? Nein. Die Frage ist, als er die Wohnung verlassen hat, hat er Scheidung ausgesprochen oder nicht? Als er die Wohnung verlassen hat, war dieses Verlassen mit Absicht der Scheidung oder nicht? Und dass ein Mann Sinner begeht, das ist ein Grund mit Sicherheit für die Scheidung. Aber das heißt nicht, wenn er Sinner begeht oder wenn eine Frau Sinner begeht, dass die Ehe ungültig geworden ist. Man kann das nicht sagen, dass Sinner die Ehe ungültig macht, weil wir keinen Beweis dafür haben. Ja? Deshalb hat er Scheidung gesagt oder nicht? Wenn er nicht gesagt hat, dann.